Jo Leute, ich wollte euch nur mal was sagen, was ihr wahrscheinlich sowieso schon wisst. Hier ist Nico K.I.Z. und ich hab versucht, Oli Banyo Berlin-Verbot zu erteilen. Okay, Sonne. Oli Banyo, Dynamit. Euer Stichtag. Am 9.5. kommt Oli Banyo sein Album Dynamit. Also kaufen, kaufen, nicht illegal downloaden, sonst ihr wisst. Das ist der 9. Mai, Dynamit, Oli Banyo Kitty Cat kauft sich das. Mein Bruder Oli Banyo bringt endlich mal wieder richtige Musik an den Start. Oli Banyo sein Album Dynamit. Gibt es ein neues Album Dynamit ab 9. Mai. Ey, 9.5. Dynamit, Alter. Wenn ich einer...